Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur Bundesliga-Preview des 30. Spieltags. Wir gehen auf die letzten 5 Spieltage der Bundesliga zu in der englischen Woche. Dementsprechend werde ich wirklich heute versuchen, das Video so kurz wie möglich zu halten. Also start mir direkt rein, den Plan für die Woche habt ihr schon auf Insta gesehen. Heute kommt ein Video raus, morgen gucken wir uns zusammen die Bundesliga-Spiele an, morgen im Live-Watch-Along 20.20 Uhr hier auf YouTube. Checkt da gerne vorbei, kommt da gerne vorbei. Wir gucken uns zusammen die Abendkonferenz am Mittwochabend an. Würde mich freuen, wenn da einige vorbeischauen werden. Ansonsten Donnerstag, dann kommt der Bundesliga-Rückblick morgens um 10 Uhr online, die Bundesliga-Preview um 18 Uhr und dann wird am Freitag nochmal gestreamt und dann haben wir die Woche fertig. So viel zum Organisatorischen. Wenn ihr es genau sehen wollt, checkt den YouTube-Community-Tab ab oder meine Insta-Story bzw. meine Insta-Highlights. Da habe ich es nochmal hinterlegt. Organisatorisch fertig. Wir gehen rein ins Team, Freunde. Habe ich noch Transfers getätigt seit dem heutigen oder bzw. ich nehme das hier am Montag auf, weil ihr seht es am Dienstag. Seit dem gestrigen Video habe ich keine Transfers mehr getätigt. Wie gesagt, Nilsson und Hofmann waren mir da relativ wichtig, dass ich die noch in mein Team integriert bekomme und so werde ich wahrscheinlich rein starten. Also ich werde beide Bielefelder Innenverteidiger aufstellen. Das sind für mich so die kleinen Geheimtipps. Werde ich auch später in den Predictions nochmal kurz drauf eingehen. Pavard werde ich eventuell draußen lassen gegen Leverkusen. Mal gucken, wo ich den noch reinwerfen könnte, aber voraussichtlich würde er draußen bleiben. Das Mittelfeld, ja, Centrum und Würz möchte ich dann auch eher ungern aufstellen und dann im Sturm mit Plea und Sirloot. Sollte Sirloot nicht spielen, werde ich wieder Cordoba aufstellen, aber sollte Sirloot starten, werde ich natürlich mit ihm gehen. Das ist mein Team. Sollte eventuell Sirloot, wie gesagt, nicht spielen, werde ich mit Cordoba im Sturm gehen und Mukiele für Baku. Das wäre dann, wie gesagt, der hypothetische Fall. Das ist mein Team. Wie gesagt, wir machen das heute hier im Schnelldurchlauf, damit ihr das noch entspannt vor dem Bundesligaspieltag sehen könnt. Soviel zu meinem Team. Sorry, wir switchen rüber in die Predictions und schauen uns das Ganze hier direkt an. Ich habe das übrigens, lasse es heute mit den Match-Facts weg, weil ich vergesse es immer wieder oder eigentlich müssen wir es machen. Komm, Freunde, für euch öffnen wir das Ganze hier noch schnell, damit wir für euch noch hier die Match-Stats aufnehmen können. Wir beginnen natürlich mit dem in Anführungszeichen ersten Spiel Leipzig gegen Köln. In Köln findet das Ganze statt und ja, die Kölner jetzt mit einer relativ desolaten Leistung gegen Bayer Leverkusen, die es auch respektiv gut gemacht haben. 0 zu 3 haben sie da verloren, während die Leipziger mit einem 0 zu 0 gegen Hoffenheim aus dem letzten Spieltag rausgegangen sind. Also beide Mannschaften für ihre Verhältnisse mit einem relativ enttäuschenden Ergebnis am letzten Spieltag. Aber ich meine, Köln ist tief im Abstiegskampf drin, während Leipzig halt wirklich immer noch eigentlich um Platz 1 mitspielt. Das Ding sollte natürlich durch sein, aber rein nominell sind sie der Bayernjäger Nummer 1, werden die Saison wahrscheinlich auch auf Platz 2 finishen. Von daher sollten die, ja die Spielanteile zumindest mal hier definitiv geklärt sein. Leipzig wird natürlich hier wie im Hinspiel auch den Größteil des Ballbesitzes haben. Im Hinspiel ging das Ding ja 0 zu 0 aus, obwohl Leipzig hier auch einiges dominiert hatte. Das Spiel im Hinspiel erinnert sich sehr, sehr stark an das Spiel gegen Hoffenheim, fällt mir gerade ein. Ja, die Kölner werden es den Leipziger mit Sicherheit nicht einfach machen. Die werden ähnlich wie Hoffenheim hier wirklich auf eine defensive Grundsolidität setzen und hoffentlich hier keinen kassieren. Oder zumindest mal hoffen, keinen zu kassieren. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Kölner hier ein Tor machen werden. Ich glaube halt einfach, das wird eine relativ triste Leistung auf der Kölner Seite. Das wird einen defensiven Mauern und hoffen, dass Leipzig hier kein Tor macht. Wird Leipzig dieses Mal treffen? Ich gehe sehr stark davon aus, Freunde. Ich denke, Leipzig wird mindestens zweimal treffen. Ich gehe sogar mit einem 3 zu 0. Ich bin sehr, sehr optimistisch und das sage ich jetzt nicht nur aus Spaß, ich meine es wirklich ernst. Ich gehe davon aus, dass Zerlo starten wird. Und ja, so viele Jokes wir dieses Jahr auch über ihn gemacht haben. Er ist einfach eine unfassbare Bereicherung für das Leipziger Spiel. Dementsprechend glaube ich einfach, dass Zerlo hier so elementar wichtig sein wird, dass er wieder mindestens an zwei Toren beteiligt sein wird. Ob es jetzt direkt oder per Assist wäre nochmal was anderes. Ich tippe ihn als mein Once to Watch. Ich glaube, er wird hier wieder ordentlich Gas geben. Und wie gesagt, zusammen mit Nkunku und Olmo da vorne drin, gefällt er mir so unfassbar gut. Wenn Leipzig da einigermaßen das auf den Platz bekommt, was sie sonst spielen können, dann wird Zerlo hier eine wichtige Rolle spielen. Und ich denke, Leipzig wird das Ding hier mit 3 zu 0 zum Auftakt des Spieltages gewinnen. Wir machen weiter mit Bielefeld gegen Schalke. Kampf der Titanen an der Stelle. Ja, Bielefeld, ich finde die, ja super, ich habe schon wieder gemerkt, ich habe die hier nicht gewext. Ich muss da wirklich dran denken, Freunde, weil es ist eigentlich ganz cool, sich hier immer die Form und die Statistiken angucken zu können. Ja, die Bielefelder, die haben mit einer passablen Form, ich meine nur eine Niederlage aus den letzten 5 Spielen, das ist ja doch schon eine relativ gute Quote für einen nahezu Absteiger oder jemanden, der auf jeden Fall um die Abstiegsränge mitspielt. Schalke, bei denen sieht es dann natürlich nochmal ganz anders aus. Dieses Wunder, der Wundersieg gegen Augsburg und ansonsten alle Spiele verloren. Ich glaube halt einfach, dass auf der Schalker Seite hier wieder relativ wenig passieren wird. Die Bielefelder sind defensiv eine der meiner Meinung nach bestorganisiertesten Mannschaften in der Bundesliga. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Schalke hier ein Tor machen wird. Ballbesitztechnisch wird es meiner Meinung nach ungefähr ausgeglichen sein. Deswegen kann man von den Bielefeldern jetzt auch keine exorbitant krassen Punkte erwarten, auch wenn es nur in Anführungszeichen gegen Schalke geht. Glaube ich da persönlich nicht dran. Ich glaube, das wird ein relativ ausgeglichenes Spiel, was die Punkte angeht. Ich denke aber, dass die Bielefelder auf jeden Fall die Qualität haben, hier ein Tor zu machen. Und dabei bleibe ich auch. Ich gehe mit einem 1 zu 0 für den SC Bielefeld. Alles klar, für Bielefeld. Für Arminia Bielefeld. Eieiei. Ja, mein Wundersieg ist kein Offensivmann, sondern Amos Pieper. Ich kann mir einfach vorstellen, dass er hier, auch wenn es nur gegen Schalke geht, den einen oder anderen Ball abfangen wird, da die meiner Meinung nach schlecht ausgespielten Konter der Schalke oft mit einem Block durch den Innenverteidiger enden. Und da ist Amos Pieper natürlich euer Mann. Das heißt, wenn ihr ihn im Kader habt oder noch von einem Konkurrenten abluxen könnt, wirklich Freunde, das Geld spielt keine Rolle mehr. Wenn ihr dem Konkurrenten 4 Millionen Overpay für einen Pieper gebt, weil ihr das Geld eh auf der hohen Kante habt, dann macht das, Freunde. Geht wirklich an solchen Spielen auf jeden Fall all in auf die Spieler. Ich will nicht mir jetzt nicht hier jeden dazu verleiten, einen Pieper zu kaufen. Am Ende performt er nicht. Aber grundsätzlich sollte er rein nominell hier geile Punkte machen. Er ist für mich der One-to-Watch. Und Bielefeld gewinnt das Ding mit 1 zu 0. Weiter geht's mit Frankfurt gegen Augsburg. Wir schauen uns wieder die Statistiken an. Und abgesehen von dieser sehr dubiosen 0 zu 4 Klatsche gegen Gladbach, ist Frankfurt eigentlich auf dem besten Weg hier, auf die Champions-League-Plätze zu kommen. Waren davor, glaube ich, mehr als 5 Spiele ungeschlagen. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass das ein doofer Ausrutscher war. Ich meine, Augsburg ist keine Mannschaft, die leicht zu bespielen ist. Auch das wird wieder ein komplexes Spiel für die Frankfurter. Ich denke trotzdem, dass sie das Spiel hier machen werden. Wird Augsburg treffen? Bezweifle ich sehr hart. Dafür gefällt mir Augsburg aktuell offensiv überhaupt nicht. Gegen Bielefeld kein Tor gemacht. Davor weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das war, glaube ich, die Niederlage gegen Schalke. Und davor damit ein Sieg. Aber jetzt zwei Spiele hintereinander gegen Bielefeld und Schalke. Zwei Mannschaften, die auch erstens weit unter ihnen in der Tabelle stehen. Und noch dazu einfach qualitativ ein der, ich will es nicht hart sagen, aber fast schlechtesten Fußballstile der Bundesliga fahren. Da zweimal kein Tor zu machen. Und das fehlt mir und reicht mir einfach nicht. Deswegen gehe ich hier mit einer Nullnummer auf der Augsburger Seite, auf der Frankfurter Seite, denke ich schon natürlich, dass hier Tore fallen werden. Ich tippe an der Stelle auf ein 2 zu 0 für Eintracht Frankfurt. Ich glaube, sie werden diese desolate Form gegen Gladbach nicht wiederholen. Ich denke, sie werden hier ein gutes Spiel machen und dementsprechend auch wieder gute Punkte sammeln. Mein Wants to Watch ist Luka Jovic. Aus dem Anfang Grund, ich denke, er wird einfach Bock haben, sich jetzt nochmal zu beweisen. Er wird nochmal die Chance bekommen. Und zusammen mit Silva wird das hier wieder das Traum-Duo der Bundesliga im Sturm sein. Was heißt Traum-Duo? Traum-Duo ist ja eigentlich Kostic und Silva. Aber das coole Sturm-Duo aus Jovic und Silva, die Büffel da vorne drin, die werden hier ordentlich Ramba-Zamba machen. Dementsprechend gehe ich damit Jovic als mein Wants to Watch und tippe auf ein 2 zu 0 für Eintracht Frankfurt. Dann kommen wir zu Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern. Und das wird ein unfassbar interessantes Spiel. Ich meine, Bayern, selbst wenn sie hier Punkte liegen lassen und Leipzig Punkte holt, wird es immer noch nicht ganz wirklich eng werden. Aber Leverkusen hat definitiv die Qualität, hier die Bayern zu ärgern. Ich meine, Wolfsburg hat es zwar nicht geschafft. Mit Arnold hätte es vielleicht nach einem 3 zu 3 gerochen, aber hätte wenn und aber. Wird Leverkusen es schaffen, hier die Bayern zu ärgern? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also mit Hannes Wolf, ich sehe da irgendwie nicht die Konstanz, die taktische Finesse gegen Bayern, hier was ausrichten zu können. Vor allem in der Allianz Arena finde ich die Bayern auch ohne Zuschauer irgendwie immer deutlich stärker als auswärts. Dementsprechend glaube ich einfach, dass der FC Bayern hier ganz ganz klar als Favorit in die Partie gehen wird. Ich denke aber nicht, dass sie es hochgewinnen werden. Ich denke, es wird eine relativ enge Partie. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den FC Bayern. Ich weiß gar nicht, im Hinspiel ist doch auch, glaube ich, 2 zu 1 ausgegangen. Auf jeden Fall relativ knapp, auch mit dem Leverkusen. Späten Lewandowski-Tor und dem geilen Patrick-Schicht-Tor. Das war noch Zeiten, ey. Fühlt sich wie, keine Ahnung, wie zwei Jahre her an. Naja, ich tippe auf jeden Fall auf ein 2 zu 1 für den FC Bayern. Ich denke, sie werden hier die Finesse haben, sich hier durchsetzen zu können und einfach die Qualität haben. Es ist einfach schwer, gegen Bayern zu spielen. Das wird jedes Spiel so sein. Und Hannes Wolf hat meiner Meinung nach immer noch nicht so wirklich das gefunden, was er sucht. Ich denke, Diaby und Bayley müssen beide starten und werden auch beide starten. Aber selbst damit, das sind noch ein paar ungeklärte Stellen in seinem System, wo er wahrscheinlich selber noch ein bisschen dran schrauben muss. Dementsprechend traue ich den Leverkusenern hier nicht zu, mindestens einen Punkt zu holen und tippe, wie gesagt, auf den Bayern-Sieg. Mein Wants-to-Watch ist Alphonso Davies. Ich denke, Leverkusen oder Hannes Wolf sollte so schlau sein und wenigstens Frimpong spielen lassen, weil gegen Jettwey wäre das echt ein lustiges Duell mit Davies gegen Jettwey. Frimpong hat auf jeden Fall das Tempo, um mit Davies mitzuhalten. Aber ich denke, Davies ist einfach von der körperlichen, taktischen und technischen Entwicklung um Welten weiter als Frimpong. Ich denke, der wird ihn hier aussehen lassen wie ein Kindergartenkind und wird hier einiges an Punkten und offensiven Aktionen sammeln. Dementsprechend ist er mein Wants-to-Watch in diesem Spiel. Hertha gegen Freiburg möchte ich nur kurz anteasern, möchte jetzt nicht unbedingt einen Tipp abgehe oder einen Tipp gebe ich ab. In der aktuellen Form, ich meine, es ist ein bisschen Zukunftstippen, deswegen ist das hier relativ unqualitativ. Ich gehe mit einem 2 zu 2. Ich finde beide Mannschaften von der Art und Weise, wie sie aktuell spielen, relativ ausgeglichen, von daher würde ich hier auf ein 2 zu 2 gehen. Wants-to-Watch, bin ich ehrlich, ist so ein kleiner Sicherheitstipp, wenn man es so nennen kann. Ich gehe mit Mateusz Cunha, weil er einfach ein Difference-Maker ist und für die Hertha hier auf jeden Fall einmal treffen wird. Deswegen ist das so ein kleiner, ja, ist jetzt keine qualitativ hochwertige Aussage, aber ich würde ihn auf jeden Fall riskieren und aufstellen. Ich denke, er könnte und wird spielen und hier geile Punkte machen. Ich gehe mit einem 2 zu 2, aber ich möchte zu dem Spiel hier nicht allzu viel sagen, weil wenn das Ding in drei Wochen ausgetragen wird, dann bringt euch meine Prediction an heutigen Tagen nicht wirklich viel. Deswegen, ich gehe hier nach aktueller Form mit einem 2 zu 2. Ich sehe beide Mannschaften ungefähr auf einem Level. Dementsprechend gehe ich mit einem 2 zu 2 in meinem Wants-to-Watch. Das ist ein Mann, Teo Cunha, wie bereits angesprochen. Dann kommen wir zu den Mittwochsspielen, die wir uns zusammen im Stream angucken werden. Ich sage es nochmal, morgen 20.20 Uhr wird der Stream hier auf YouTube losgehen. Ihr könnt mit mir zusammen die Bundesliga gucken. Ich freue mich auf euch, hoffe, ihr seid dabei an der Stelle. Ja, wir fangen an mit Dortmund gegen Union Berlin. Im Hinspiel ja eine unfassbar interessante Partie. Also ich meine, die Unioner haben die Dortmunder noch böse geärgert. Da waren ja die Aggressionsanfälle von Mats Hummels, als er die Werbetafel verdroschen hat. Ich bin gespannt, wie das in dem Spiel sein wird. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an das Hinspiel. Wird Union die Dortmunder hier wieder ärgern können? I doubt it, Freunde. Aus dem einfachen Grund, ich finde, Dortmund hat sich so ein bisschen gefangen. Seit den Champions-League-Spielen gegen Manchester City wirkt das Ganze für mich eigentlich so ein bisschen besser, als in den vergangenen Wochen. Dementsprechend glaube ich einfach, dass die Dortmunder hierzu abgeklärt sein werden. Und vor allem, was mir deutlich besser gefällt als im Hinspiel, diese offensive Wille. Ich meine, im Hinspiel war auch Haaland nicht dabei, das muss man sagen. Aber dieser offensive Wille, die Power, die Dortmund aktuell mitbringt und dieses unfassbar erdrückende Pressing, das werden die Unioner auch nicht standhalten können. Ich glaube deswegen auch hier an den Dortmund-Sieg. Tipp auf den, was habe ich getippt? Muss man nochmal hier meine Notizen lesen. Ich gehe auf ein 2-0 für Borussia Dortmund. Ich glaube nicht, dass die einen kassieren werden. Union ist offensiv auch tatsächlich in einer relativ, oh, ich wollte 2-0 tippen, in einer relativ guten Phase. Trotzdem glaube ich einfach, dass die Dortmunder aktuell dazu abgeklärt sein werden, dass die Unioner hier einiges anrichten können. Wenn dann nur nach Standards. Und ich finde, die Dortmunder wirken aktuell sogar nach Standards relativ stabil. Deswegen gehe ich hier mit einem 2-0. Und mein Wants-to-Watch ist Mo Dahoud. Aus dem einfachen Grund, ja, es wird bei Dortmund darauf ankommen, diesen Block von Union umspielen oder durchspielen zu können. Und wenn das einer bei Dortmund aktuell oder generell kann, dann ist das Mo Dahoud. Der spielt unfassbar geile Steckpässe. Und ich denke, die werden auch in dem Spiel wieder hier vonnöten sein. Deswegen ist er für mich der Wants-to-Watch, weil er auf jeden Fall derjenige sein wird, der hier aus den Knicks was kreieren kann. Der Einzige, der ist bei Dortmund bei mir noch so wirklich kann, ist Sancho. Und ich denke nicht, dass er für dieses Spiel schon fit sein wird. Ich erwarte ihn eher am Wochenende zurück. 2-0 gewinnt der BVB. Und mein Wants-to-Watch ist wie bereits angesprochen Mo Dahoud. Dann kommen wir zu Bremen gegen Mainz. Und ich glaube, das wird, ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, das wird eines der furchtbarsten Spiele des Spieltags. Zum Glück ist es auch in der Konferenz. Ich denke, beide Mannschaften werden das Spiel ähnlich angehen. Ich denke, beide Mannschaften werden hier kein Risiko eingehen. Es geht um beide, um unfassbar viel. Ich denke, beide Mannschaften werden einen relativ defensiven Ansatz wählen. Ich glaube, Bremen wird zuerst treffen, aber dann den letztendlichen Druck von Mainz nicht standhalten können und somit dann auch noch einen kassieren. Deswegen gehe ich hier auf ein 1-zu-1 zwischen Mainz und Bremen. Mein Wants-to-Watch ist Milo Rashica. Aus dem einfachen Grund, er ist für mich der qualitativ hochwertigste Spieler auf dem Platz. No Front an alle anderen. Und er ist einfach der Difference Maker. Also wenn es hier in die Bremer Richtung gehen sollte, dann wird Milo Rashica wahrscheinlich seine Füße da im Spiel haben. Ich gehe trotzdem nur auf ein 1-zu-1. Ich traue den Bremern keinen Sieg zu, aber den Mainzern auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, bei beiden Mannschaften wird ein enormer Druck die Rolle oder von Rolle sein. Und dementsprechend werden beide Mannschaften hier wahnsinnige Probleme haben, ja, offensiv sich was zu trauen. Deswegen glaube ich, dass es ein relativ tristes Spiel wird. Und am Ende hier mit einem unentschieden Ende. Ich gehe auf jeden Fall aber auf ein 1-zu-1, weil beide Mannschaften für mich defensiv nicht gut genug sind, um hier eine 0 zu halten. Deswegen, wie gesagt, 1-zu-1. Mein Wants-to-Watch ist, ich merke gerade meine Reihenfolge in den Notizen ein bisschen durcheinander. Rashica habe ich bereits erwähnt, von daher machen wir weiter mit dem vorletzten Spiel. VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Auch eigentlich eine sehr interessante Partie, den Stuttgartern tut natürlich aktuell die Verletzungsnot weh. Dementsprechend würde es für sie schwer werden, hier einiges an Punkten mitzuholen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie hier ein Wörtchen mitreden können, weil ich die Stuttgarter irgendwie relativ sympathisch finde. Auf welche Seite bewege ich mich? Ich gehe auf jeden Fall auf die Wolfsburger Seite, weil sie mir auch gegen Bayern wieder unfassbar gut gefallen haben. Also auch eine Willensleistung. Die sind immer noch heiß, obwohl es eigentlich nicht mehr, obwohl es geht natürlich um die Champions-League-Plätze. Aber sie müssen eigentlich nicht mehr so liefern, weil sie eigentlich eine überragende Saison sowieso schon spielen. Es könnte jetzt natürlich wieder eng werden, wenn Dortmund zum Beispiel gewinnt und sie hier Punkte liegen lassen würden, dann wären sie plötzlich auf Platz 4 und dann würde es nochmal deutlich enger werden. Ich glaube einfach der Wille der Wolfsburger, der immer noch da ist, auch jetzt mit den Ausfällen von Mbavu und noch jemand fiel glaube ich aus, aber ich habe den Namen leider vergessen. Otavio, stimmt Otavio mit der fünften gelben Karte. Die zwei sind natürlich eigentlich das gesetzte Außenverteidiger-Duo, aber wenn du es kompensieren kannst mit Roussillon und Baku, dann hast du wenig Probleme in deinem Verein. Dementsprechend glaube ich, dass die Wolfsburger hier einen Sieg mitnehmen werden, sage ich sogar. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für den VfL Wolfsburg bei den Stuttgartern, auf wenn Karlajcic aktuell komplett on fire ist und generell eine super Saison spielt. Mir fehlt es einfach. Sosa könnte zurückkommen und das wäre natürlich dann wieder das Power Couple Nummer 2 nach Kostic und André Silva. Mir fehlt einfach, ich sage es Woche für Woche wieder, wahrscheinlich nerve ich euch schon damit. Mir fehlt so ein González, ein Silas Wamagituka, der hier nochmal die Wolfsburger richtig ärgern kann. So bleibt Stuttgart bei einer soliden Bundesliga-Mannschaft und deswegen wird Wolfsburg hier meiner Meinung nach keine Probleme haben, die drei Punkte mitzuholen, das Ding hier mit 2 zu 1 gewinnen. Mein Wants to Watch ist Yannick Gerhardt und das Ganze hat einen taktischen Grund. Ich denke einfach, dass Arnold, Schlager, Endo und wer auch immer auf der Mangala-Position spielen wird, sich hier eine komplette physische Zweikampfsschlacht liefern werden. Und dann wird es einfach darauf ankommen, dass Yannick Gerhardt sich schlau zwischen den Ketten bewegt, zwischen den beiden Sechsern und der Innenverteidiger-Reihe und da halt eben dann die Chancen kreieren wird für Wehros oder wer auch immer dann auf den Flügeln spielen wird. Ob das jetzt Mehmedi, Jean-Victor, Brecalo, wer auch immer sein wird. Es wird darauf ankommen, wie gut, wie gesagt, Gerhardt diese Räume nutzen kann, die für ihn geöffnet werden. Und das Ganze wird am Ende das Spiel entscheiden und ich denke, er wird auch der entscheidende Spieler sein, der das Spiel hier auf die Wolfsburger Seite zieht mit mindestens einem Assist. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel, Hoffenheim gegen Gladbach. Wie gesagt, Gladbach mit einem, ja, einem komplett absurden 4-0-Sieg gegen Frankfurt und Hoffenheim hat es geschafft, die 0 zu halten gegen Leipzig. Also beide Mannschaften kommen, glaube ich, mit einem guten Selbstbewusstsein hier in das Spiel rein. In Sinsheim tun sich die Gladbacher, glaube ich, relativ schwer, beziehungsweise auswärts generell. Aber das hat nichts zu sagen. Ich denke persönlich, dass das Ding hier trotzdem auf die Gladbacher Seite gehen wird, wenn auch nicht dominant. Dafür sind die Hoffenheimer für mich defensiv aktuell zugefestigt. Im Umkehrschluss fehlt es mir da wirklich an der offensiven Qualität auf der Hoffenheimer Seite. Werden sie treffen, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Hoffenheimer mindestens ein Tor machen werden. Dafür werden die Gladbacher aber meiner Meinung nach auch zwei Tore machen. Ich tippe also auf ein 2-2-1. Ich glaube, die Gladbacher werden so ein bisschen den Schwung mitnehmen können bei dem Spiel gegen Frankfurt. Und dann geht es zumindest mal in Richtung Europa League wieder auf gute Plätze. Für mich ist die Champions League für die Gladbacher natürlich durch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da noch Leverkusen, Dortmund und Frankfurt überholen. Das wäre komplett absurd. Dementsprechend aber zumindest mal gute Punkte im Kampf um die europäischen Ränge. Werden sie gut machen können und werden ihnen auch gut tun. Hoffenheim, da fehlt es mir einfach wie gesagt aktuell in der offensiven Qualität, um hier mindestens zwei Tore zu machen. Im Umkehrschluss glaube ich einfach, dass Gladbach zwei Tore machen wird. Mein Wants to Watch ist Markus Thüram. Aus dem einfachen Grund, es tut mir leid, jetzt sage ich die ganze Zeit aus dem einfachen Grund, ich habe immer flosken in Videos, die ich 70.000 Mal sage, es tut mir wirklich leid. Thüram wird für mich der Wants to Watch sein aus dem, ich wollte es schon wieder sagen, da Hoffenheim sich unfassbar schwer tut, solche individuell klassischen, klassischen, gut qualifizierten Einzelspieler verteidigen zu können. Und Markus Thüram ist einfach jemand, der aus solchen Situationen wirklich aus nichts kann der Gold machen. Aus sehr, sehr engen Räumen schafft er sich 1 gegen 1 Situationen, die die Hoffenheimer in der Defensive nicht verteidigen können. Von daher glaube ich einfach, dass er hier ein super Spiel machen wird, geile Punkte machen wird und definitiv auch an dem Tor beteiligt sein wird. Er ist für mich der Wants to Watch und Gladbach gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Dann switchen wir noch einmal zurück, wie immer in die klassische Overview, switchen nochmal auf mein Team. Ja, Plan seht ihr ja, meine letztendliche Aufstellung seht ihr wie immer auf Insta. Sollte sich daran noch was ändern, werdet ihr es, wie gesagt, noch mitgeteilt bekommen. Dafür muss ich erstmal die Leipziger Aufstellung abwarten. Ansonsten werde ich höchstwahrscheinlich so in den Spieltag reingehen. Ich wünsche euch Freunde, einen erfolgreichen Mittwochenspieltag. Ich hoffe, ihr checkt alle morgen den Livestream ab, wie gesagt, 20.20 Uhr hier auf YouTube. Checkt da gerne vorbei, wenn ihr ein bisschen mit mir zusammen schnacken wollt, im Chat interagieren wollt und die Bundesliga zusammen gucken wollt, dann lasst noch gerne ein Like auf dem Video da. Jetzt habe ich doch keine 15 Minuten geschafft, aber 20 Minuten, das sollte passabel guckbar sein vor dem Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht generell. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Spieltag. Haut rein. Bis dann direkt morgen im Stream oder am Donnerstag im Video und ciao.